Wenn ich immer durch die Gänge in die Halle und frage alle Aussteller, wenn alles in Ordnung ist und ich habe immer ein freundliches Gesicht, dann habe ich das gewonnen und das ist alles gut in den Meer dann. Dann ist alles gut. Das ist eine Routine, aber auch eine Herausforderung jedes Jahr. Wir denken immer, das ist gleich, aber manchmal die gleichen Aussteller, aber ein anderes Konzept und das wird immer neu und Neuheit und neu Design und kann man nicht sagen, das ist eine Routine. Ich habe schon einen Pharmazie-Kongress, ein Seminar und Tag aus dem Hotel oder jetzt der High-End, das ist ein ganz anderes Thema. Ich bin nicht für das Thema da, ich bin natürlich für die Messerstände, wie Sie sagen. Und ich habe immer Spaß daran und ich könnte mich in Ruhe setzen, aber das möchte ich nicht. Solange die Gesundheit und auch der Spaß ist daran, kein Problem, mache ich weiter. Ab Sonntag fängt der Abbau an, aber das ist alles relaxter. Das ist nicht mehr, kein Stress mehr.